Vorarlberg Online ist heute zu Besuch im Vivid-Institut bei Thomas Winder, der noch genau bis 2. Februar hier im Ländle verweilen wird. Sie sind Krebsforscher und fliegen nach Amerika, nach Los Angeles, um dort eineinhalb Jahre für die Krebsforschung tätig zu sein. Was hat Sie dazu bewegt, diesen Schritt zu machen? Ich bin mittlerweile seit ungefähr dreieinhalb Jahren auf der Onkologie am LKFL-Kirch tätig und in diesem Zusammenhang hin immer wieder gesagt, dass gewisse Patienten gut auf Krebstherapien ansprechen und gewisse Patienten weniger gut bis schlecht auf Therapien ansprechen. Und mich interessiert genau die Gruppe, die schlecht auf Therapien ansprechen und da geht es um das Verständnis der Tumorbiologie. Warum sprechen die einen Patienten gut an und warum die anderen schlecht? Und da geht es jetzt darum, in Amerika das Tumorverständnis zu erwerben. Weshalb ist das so? Und das war der initiale Grund, warum ich mich für Amerika entschieden habe. War das für Sie als Person eine schwierige Entscheidung, sich dafür zu entscheiden oder sehen Sie das als große Chance? Ich sehe es als große Chance, aber zugleich ist es eine schwierige Entscheidung, weil man geht hier von einem gewohnten Umfeld ins Nichts. Ich werde am 2. Februar mit zwei Koffern irgendwo in L.A. am Flughafen landen, weil ich da einen Job dort habe, aber sonst habe ich nichts. Ich kenne bis auf den Chef mit einem einmaligen Gespräch niemanden dort und habe aber die Möglichkeit, und das sehe ich wiederum als große Chance, ein neues Profil zu entwickeln und dort irgendwo von Null anzufangen und die Möglichkeit einfach, mein eigenes, persönliches Profil zu entwickeln und davon zu profitieren. Also nicht nur das Wissenschaftliche, sondern sicherlich auch das Persönliche, angefangen vom Sprachlichen über das, wie gehe ich mit einer solchen Situation, um irgendwo zu sein und dort nochmal von Null zu starten. Das ist also die persönliche Herausforderung. Wissen Sie schon, wo Sie die erste Nacht verbringen werden? Ich habe einen Tipp bekommen, welches Hotel ganz okay ist, wo schon zwei Leute, die zuvor unten waren, übernachtet haben und ich werde mich in dessen Fußstapfen begeben und dort nächtigen, die ersten zwei, drei Nächte. Die Chancen stehen sehr gut, dass Sie auch wieder zu den Bewohnern des Ländle zählen werden in eineinhalb Jahren? Also ich bin mit dem Ländle sehr verwurzelt und die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass ich wieder zurückkommen will. Auch deshalb, weil ich mich primär nicht als Wissenschaftler sehe, sondern primär als Kliniker. Ich mache jetzt als Wissenschaftler oder die zwei bis drei Jahre Wissenschaft, einfach um die Tumorbiologie besser zu verstehen. Aber das Ziel ist sicherlich wieder zurück ans Patientenbett, zurück an die Klinik zu kommen. Und ich möchte nach diesen eineinhalb Jahren auch wieder im Krankenhaus Wilkirch in klinischer Ausbildung befindlicher Onkologe tätig sein.